Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Nach einer Stunde geht es weiter. Meine Route führt mich quer über den Genfer See ins Rhone-Tal, dann nach Frankreich und anschließend in einem großen Bogen um das Mont Blanc-Massiv herum. Dabei muss ich auch noch nach Italien einfliegen, bevor ich am Ende des Turns wieder in der Schweiz bin. Der Verkehr in Lausanne hat inzwischen noch weiter zugenommen, sodass ich mehrere Flieger vor mir habe. Und dann geht's endlich los. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nach dem Start, als ich mich schon über dem Genfer See befinde, melde ich mich bei Geneve Info. Der Controller ist keineswegs überrascht, dass ich einen Turn um den Mont Blanc fliegen will. Das scheint hier also durchaus üblich zu sein. Er öffnet meinen Flugplan, fragt mich nach der beabsichtigten Flughöhe und bittet mich lediglich, jeweils das Überfliegen der Landesgrenzen zu melden. Er öffnet meinen Flugplan, fragt mich nach der beabsichtigten Flughöhe und bittet mich nach der beabsichtigten Flughöhe und bittet mich nach der beabsichtigten Flughöhe. Er öffnet mich nach der beabsichtigten Flughöhe und bittet mich nach der beabsichtigten Flughöhe und bittet mich nach der beabsichtigten Flughöhe. Er öffnet mich nach der beabsichtigten Flughöhe und bittet mich nach der beabsichtigten Flughöhe und bittet mich nach der beabsichtigten Flughöhe. Er öffnet mich nach der beabsichtigten Flughöhe. Er öffnet mich nach der beabsichtigten Flughöhe und bittet mich nach der beabsichtigten Flughöhe und bittet mich nach der beabsichtigten Flughöhe. Er öffnet mich nach der beabsichtigten Flughöhe und bittet 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 mich nach der beabsichtigten Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020